Jo meine Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video am fünften Spieltag der WM-Qualifikation der UEFA-Jupin-Qualifiers Prediction. Let's go! Am fünften Spieltag Teil 1 von Teil 3 Let's go! Heute um 15 Uhr Finnland. Finnland verliert gegen Kasachstan mit 1 zu 2. Dann um 18 Uhr Serbien gewinnt gegen Luxemburg mit 2 zu 0. Irland schlägt Aserbaidschan mit 3 zu 1. Lettland verliert gegen Norwegen mit 2 zu 5. Slowenien gewinnt gegen Malta 1 zu 0. Und Zypern verliert gegen Russland mit 2 zu 4. So, das war's vom Teil 1 von Teil 3 für den fünften Spieltag der UEFA-Jupin-Qualifiers Prediction. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss keine Worte. Dann nehme ich die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung. Und bis dann. Ciao! Ciao! Ciao!